Das Planetarium, das sich in der Orangerie in Kassel befindet, wird seit November letzten Jahres erneuert. Der alte, mechanische Sternenprojektor wurde durch einen neuen, digitalen ersetzt. Der SkyMaster ermöglicht zukünftig atemberaubende Weltraumreisen und visualisiert die neuesten Erkenntnisse der Physik. Die Museumslandschaft Hessen-Kassel hat 800.000 Euro in neueste Technik investiert. Außerdem wird der Vorführraum zum Teil saniert. Einen kleinen Vorgeschmack bieten die nachfolgenden Bilder in diesem Video. Untertitelung des ZDF, 2020 Einen diesen ersten bis auf dem Gesetz in der Köpfung von zur Frieden Ein피 Märzhips T 빠deolesome be�Д Mauphilosz. Er hat es, als sollte er in deryer und durch daswertete K fairer treffen. Vielen Dank.